Heute haben wir Vormittag schon den 1km Divisioning gehabt und jetzt am Nachmittag haben wir die Finale der 5km in klassischem Stil, den wir jetzt gehabt haben und jetzt in einer halben Stunde ungefähr haben wir das Freistielrennen der 5km. Das ist eigentlich ein Schnee, der ja vor allem der Kunstschnee, der eben im Herbst gemacht worden ist und im Lauf des Winters, wir haben ja einen sehr kalten Winter gehabt, im Jänner haben wir optimal Schnee erzeugen können und in dieser Zeit ist auch der Schnee aufgetragen worden, mit Naturschnee hätten wir heute den Tag nicht überstanden. Wenn die drei Stürze bald bei dem weichen Eis nicht gewesen wären, naja, sonst war es ganz gut. Ja, der Schnee ist schon weich und Kraft, viel Kraft, bin nass, mit den Füssen, bin voll nass, aber das Ziel habe ich erreicht, ich habe zwei Minuten schneller gefahren als Vorlauf. Ja, ich hoffe es, Medaillen, aber vielleicht nicht, ich weiß es noch nicht. Ja, ich war ungefähr 25 Mal bis 30 Mal lang gelaufen in dem Winter, habe in Zahnfeld mitgebracht und beim Skimaratrathon 42km, in zwei 3er-Fucht und beim Steiderlauf klassisch 30km. Ja, ich wünsche mir, dass die nächste Langebeade früher ist, weil es ist schon ziemlich gespart und derzeit sitze ich normalerweise lieber schon im Tadl oder in die Laufschuhe und trainiere für den Matrathon. Ja.